WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Es ist okay jetzt auch mit Bildern in Dunkeln aufnehmen. Okay. Aber was wirklich da auch noch verschiebt, das drückst du an der Brüssel. Das ist auch nicht so flach. Okay. Und auch wie leicht ist das? Ja. Kameras sind immer so ein bisschen. Schlafen mitgefixen Kameras, das ist wichtig hier aufladen, Video aufladen. Der ist jetzt in Europa. Ja. Boah, das sieht man dann auch so durch. Das war ein einziger Mann. Das war die Faustin, die nicht mehr aufladen. Das ist auch so. Ja. Ja. Das ist auch so. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ich bin nicht mal vermisst, aber es ist das nicht mehr. Nein, eben. Das müsste besser sein. Nein. 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 Nein, das ist ein bisschen. Nein. 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 Wir haben hier, wenn wir mal rauskommen, haben wir noch einmal gezogen. Und zwar im Hochverband, und zwar in der neutralen Position. Genau. So. 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 auch rein. Ja? Mach's mal. Ach ja, gut, komm. Ich kann mal hier eher besser, das ist Sven. Das weiß ich nicht. Pass mal. Sven. Kann man da die Möglichkeit eine SD-Karte reinzuschieben oder USB-Karte? Oh. Oh. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, ja. Und so schreibt... Das ist mit Tastatur, ja? Nein, das ist ohne Tastatur. Aber da war es mit Tastatur. Filme ausleihen. Das war ein bisschen länger als Tastatur. Das ist interessant jetzt bei dem Gerät. Das ist so, dass ich das auch mit dem Stift hier einschneide. Also klar, das ist das Normale, was wir jetzt kennen von Android. Nehmen wir an, ich bin jetzt hier irgendwo im Browser. Habe jetzt irgendeine Seite geladen. Machen wir jetzt hier zu viele Fragen. Und da saß ein Dokument, ein Word-Dokument, sonst was. Kann ich sagen, oh, das ist mir wichtig. Er aktiviert sich. Sagen wir, oh, ich mache eine Notiz. Das kann ich dann beliebig machen. in allen Fenstern, die ich hier irgendwo aktiviere. Und das kann ich dann zum Beispiel, wenn ich da was gemacht habe, ich schicke das dann hier über die normalen, äh, sei es mal Facebook, E-Mail oder sowas, kann ich das dann weiterschicken. Ich kann das auch speichern. Dann ist es halt als Bilddatei gespeichert. Und kann es auch weiter bearbeiten. Kann es auch wieder löschen. und kann es auch wieder weggradieren. Okay. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dann noch andere Farben zu machen. Äh, dicker, einen Stift zu nehmen. Oder hier, die Breite zu erhöhen. Und dann sagen, okay, das wieder streiche ich. Das habe ich dann dementsprechend mit der Form. Das kann ich bei PDF-Dateien machen, bei E-Books und so weiter. Ich kann jederzeit wieder was reinmarkieren. Oder nur viel schreiben. Bleibt das dann nur auf dem Gerät? Oder kann ich ja zum Beispiel zum PDF-Dateien auch weiter schicken, wenn dein Gerät mal das hast du gesehen. Richtig. Wir haben ja zum Beispiel gerade Sachen gespeichert worden. Äh, unter allem würde ich das finden. Also in dem Gerät gespeichert oder online? Das ist im Gerät gespeichert. Wie viel Speicher hat das Gerät? 32 GB. Mhm. Das finde ich jetzt hochwertig. Ja, sehr hochwertig. Sehr hochwertig. Also auch die ganze Oberfläche. Sehr flüssig der Zoll. Ah ja, da sind's ja. Da sind die Sachen, die wir jetzt nicht gehabt haben. Kann ich da drauf gehen und mir das nochmal anschauen. Okay.